In diesem zweiten Teil, den Sagen auf der Spur, möchte ich aus Friedrich Panzers Bayerische Sagen und Bräuche einen ganz besonderen Teil vortragen, der sich mit der genauen Erforschung der drei Jungfrauen beschäftigt, anhand von politischen und geschichtlichen Überlieferungen. Ja, ihr habt recht gehört. Die Jungfrauen wurden selbst politisch bezeugt, denn sie waren weit mehr als mystische Erscheinungen und wilde Frauen. Was im Folgenden im Detail bezeugt, ist mehr als erstaunlich und sollte dem Skeptiker schlaflose Nächte bereiten, wenn er nun nicht langsam beginnt, die wundersame Kraft der ewigen Geschichte zu wittern. Der Jung von Büchel in Oberirgling in Oberbayern Nummer 66 Innocenz Wolf Müller, Pfarrer zu Unterirgling, berichtet in seinem Manuskripte vom 9. Oktober 1829. Kurze Darstellung des Ruralkapitäls Schwabenmännchen nach seiner altertümlichen und neueren Verfassung im Bistum Augsburg folgendes. Hier in Klein-Kitzighofen ist eine uralte Stiftung in Holz- und Waldgründen. Ich werde daher alles anführen, was hiervon unser würdiger Vorarbeiter Josef Müller vorgefunden hat. In den Pfarrakten liest man folgendes. Gedenket um Gottes Willen deren drei edlen und hochgeborenen Jungfrauen, Heilrätinnen genannt, welche Alhi in Klein-Kitzighofen, einer ganzen ehrsamen Gemein- oder Kirchenherrn, mit wohlbedachten ihren Seelen zu Nutz und Gut gestiftet, verordnet und vergabet das Stöcket, die Heilteil und das Primat solcher Gestalt, daß ein ganz ehrsame Gemein der Arme sowohl als der Reiche, solche gab mit Lieb und Einigkeit diesen drei edlen Jungfrauen zu einem ewigen frommen Angedenken umsonst genüßen und nützen sollen. Dafür sollte jährlich nach der Kirchenweihung ein Jahrtag mit drei heiligen Messen, Vigil, Placebo gehalten und in der Pfarrkirche Alhi zelebriert werden. Ein ganz ehrsame Gemein, Reich und Arm, so diese Stiftung genüßen, sollen sich fleißig und andächtig dabei einstellen und zur schuldigen Danksagung dem uralten löblichen Gebrauch nach mit Andacht ein jedes drei Schwarzpfennig opfern. Damit aber ein Herr Pfarrer diese heiligen drei Messen mit Fleiß und Andacht halten möge, sollen die Kirchenpfleger dem Herrn Pfarrer und, wann er auch fremde Priester mit sich hat, ein Mahlzeit nach des Gotteshauses Gottesvermögen aushalten oder ein Präsenze für eine heilige Messe dreißig Kreuzer dargeben. Hier wieder nun aber ist ein Herr Pfarrer schuldig, diese Stifterinnen alle Sonntag nach der Predigt ob der Kanzel zu verkünden und die Pfarrkinder um ein heiliges Gebet anzumahnen. Auch sagt man, daß diese Stiftung über 800 Jahre in das Altertum zurückgehe und die Schriften und Akten sowohl dieser Stiftung wie auch diese hochadelige Familie im Archiv zu Innsbruck aufbewahrt werden sollen. Nun fährt Wolf Müller fort, hören wir jetzt den Fleiß unseres Altertumsforschers Josef Müller, um dieser Sache auf einen Grund zu kommen. Nach vieler und langer Nachsuchung sind seine Worte, die ich zu Innsbruck selbst angestellt habe, habe ich nichts anderes als folgende Antwort erhalten können. Über dasjenige, was wohl dieselbe wegen denen Fräulein Heilrätinnen an mich auskünftlichen zu ersuchen beliebet, nichts anderes andienen, als was der gemeine Rüff noch immer traditionsweis bestätigt, wie nämlich diese Fräule unter anderem auch die jährliche Beholzung für 23 Gemeinden aus dem sogenannten Rauenforst testamentweise verschaffet und diese Forstdistrikt unter Direktion eines jeweiligen Fürsten und Bischofs von Augsburg übergeben und Fidei kommittiert haben, von diesen oder anderen etwas schriftlich aufzuweisen, ist man all hier ebenso wohl als vieler anderer Orten außer Stand. Dato 1768 Besonders wandte ich mich, fährt der Nämliche fort, mehrmal in dieser Sache nach Augsburg, dann nach Dillingen, Polling, Wessobrunn, Diesen, Schwabenmännchen, Iglingen, Rottenbüch, Langenerring, Wal, Büchlö, Ürsberg, Wald, Kirchheim, Türkheim, etc., aber überall vergebens. In Klein-Kitzig-Hofen aber pflegt man alle Samstage, beim englischen Gruß auf den Abend, mit allen Glocken das Zeichen zu geben, dass alle Fahrkinder für diese Stifterinnen beten sollen. Im Betreff dieses Waldes, sagt Stetten, wurde zwischen dem Bischof als Forstherr, der ohnweit Augsburg gelegene Waldung, der Raueforst genannt, aus welcher viele benachbarte Dörfer in dem burggauischen und sonst jährlich gegen eine zureichende Haber gilt, ein gewisses Anbrenn- und Porzholz zu genießen haben, und denen Herrschaften besagter Dörfer und Güter im Monat November 1603 eine gewisse Ödung wegen besserer Haiung und Unterhaltung dieses Forstes und des darin befindlichen Holzes errichtet. Indessen beweisen alle Umstände, dass die heilrätische Stiftung zu Klein-Kitzig-Hofen und Igling weit eine andere und eines ganz anderen Ursprungs sei. Zur ferneren Beleuchtung der heilrätischen Geschichte und ihres hohen Altertums dient zur Wissenschaft, daß in den ältesten Büchern der Ritterspiele die edlen Frauenpersonen, glatt hin Jungfrauen, die Herren aber edle Landsknecht, Freimann, Dienstmanne, Junker und die geistlichen Pfaffen, Pfaffmann, Pfafffürst genannt werden. Kaiser Otto nennt in den Privilegio, welches er den Sachsen im Jahre 940 zugestanden hat, Konstantin den Großen und Karl den Großen, die edle und Hochgeborene, hieraus erhellet, wie uralt diese heilrätische Stiftung sein müsse, welche ebenso gut ihre Stifterinnen hochgeborene Jungfrauen nennt. Vielleicht werden wir gar nicht Unrecht haben und vermuten können, daß sie wahrhaft aus königlichem Geblüte entsprossen seien, vorzüglich, wenn wir mit der Würde des Namens noch ihrer vielen Reichtümer verbinden wollen. Wir wissen, daß die fränkischen Könige im 7. und 8. Jahrhundert viele Besitzungen in der Gegend der Lykatia und Algoia gehabt und mehrere der Kirche von Augsburg geschenkt haben, besonders Dagobert, Pippin und andere. Möchten also nicht auch diese hochgeborenen Jungfrauen, Heilrätinnen genannt, eben von diesem königlichen Geschlecht abgestammt sein? Im zweiten Bande, sagt Wolf Müller, die Gemeinde Schwabmännchen genießt eine vortreffliche Stiftung und Wohltat, welche von unbekannten Stifterinnen abstammt und besteht in einer großen Waldung, welche man Ellemann nennt, und in dem Gebiete des Herrschaftswaldes, nächst dem Dorfe Seestätten, entlegen ist. Sie, diese Waldung, ist gänzlich frei von allen Lasten und wurde dem Markt Schwabenmännchen mit aller Oberherrlichkeit geschenkt, mit Ausnahme der einzigen Jagdrechtes, welches dem Gerichtsherrn vom Ort Wald angehörig ist. Einige glauben, daß diese Schenkung von der edlen Familie der Fugger herkomme, Aber da diese Familie viel zu neu und zu jung ist und man doch nichts Sicheres weiß, wer der Urheber davon sei, so gehen andere, und zwar mit Grund, in der Sache weit tiefer und weit früher hinein und berechnen diese Stiftung, die sich über 100 Juchert Wald erstreckt, auf mehr als 800 Jahre in das Altertum zurückke und halten sie dafür, daß die adeligen Fräulein Heilrätinnen die wahren Stifterinnen dieser Wohltat gewesen seien und daß, gleich wie sie anderswo in der Nähe und Ferne wohltätig gewesen, sie eben auch hier es nicht weniger gewesen seien. Alle Samstag, nach dem englischen Gruß, wird im Ort mit allen Glocken zusammengeläutet und in der Pfarrkirche der Rosenkranz gebetet, ohne Zweifel aus Dankbarkeit für diese Stifterinnen. Indes findet man schriftlich nirgend etwas Bestimmtes vor. Über Igling, Schloss von Hofmark, berichtet Wolf Müller im Ersten Bande, unter diesen adeligen Geschlechtern mögen wir am ersten Ort die drei hochadeligen Fräulein mit Namen Heilrätinnen preisen, welche nach Meinung der bewährtesten Schriftsteller von karolingischem Geblüte abstammen sollen und sich in Igling durch reiche Stiftung an Weid- und Holzplätzen berühmt machten, welche sich noch bis auf den heutigen Tag erhalten haben, weswegen ihnen auch beide Ortschaften alle Jahr einen feierlichen Seelengottesdienst halten lassen. Hier enden sich die alten Gutsbesitzer, die edlen Ritter und Hofmarksherren von Igling, welche entweder in gegenwärtig noch bestehender oder in einer älteren Burg mögen sich aufgehalten und residiert haben, denn es ist allerdings glaubbar, daß es vor Erbauung des jetzigen Schlosses schon eine Art von Burg gegeben habe, wo sich die uralten Ritter festgesetzt haben. Wir sehen noch vom Schloss herab einen merklichen Büchel, wo jetzt das Gerichtsdienerhaus steht, der mit einem förmlichen Wall umgeben ist, in den ältesten Saalbüchern der Jung von Büchel genannt, was uns nicht ungegründet vermuten läßt, daß hier das erste Schloss gewesen sei. Die Beholzungen und Waldungen sind namhaft, ein langer und breiter Wald, der Frauenwald genannt, vom Schloss gegen Aufgang unterhalb dem Sträßel Landsberg zugelegen, der Riedberg zunächst dem Schlosse gegen Mittag und grenzt an Stoffer, Staufen und Holzhauser Waldungen. Oberigling, vom Schloss eine kurze Strecke abwärts gegen Mitternacht gelegen, hat drei Felder, Das Stoffer, das Suckel und das Feld zwischen den Dörfern, hat einige Holzgemeindeteile, die aus dem heilrätischen Stiftungswesen herrühren, welches uralt ist. In der Jahrestafel heißt es daselbst, nächsten Samstag nach Allerheiligen für die drei adelichen Jungfrauenheilrätinnen, besonderen Gut-Täterinnen hiesigen Orts, ein Amt und Vigil mit drei Neuturnen, jeder an dieser Stiftung Teilnehmende ist gehalten, drei Schwarzpfennig zu opfern. Das Dorf Unterigling hat einen schönen Birkenwald, der von heilrätischer Stiftung herrührt. Der Ort Moosbrunnen gehört zu den Ältesten, wie auch Staufe. So weit reichen die Nachrichten des Pfarrers Wolf Müller, welche ich vollständig anführe, weil sie mit der nachstehenden inhaltlichen Sage in nächster Verbindung stehen. Sie klebt an dem Stoffer, Staufen, Staufe, älterer Schreibung und dem Jung von Büchel. Auf dem Steuerblatte Landgericht Landsberg SWIV 25 ist der Stoffersberg und das Schloss Oberigling angegeben. Dieses Schloss liegt auf einer Anhöhe, hat hohe Mauern, feste Tore und beherrscht eine weite Aussicht über den Lech, welcher östlich vorüberfließt. Es wurde nach Eisenmanns Lexikon im Jahre 1505 von Herzog Albert IV. dem Hans Langenmantel, Hauptmanne des Schwäbischen Bundes zugeteilt, im Jahre 1537 durch Konrad von Rehling neu erbaut und im Jahre 1611 an die Familie von Donnerberg käuflich überlassen. Der Staufen, ein hoher, ganz mit Bäumen bewachsener Berg, liegt von dem Jung von Büchel in gerader Linie 3000 Fuß entfernt. Auf seinem des Staufen Gipfel ist ein hoher, mit tiefen Gräben und wallumgebender großer Hügel, auf welchem sehr alte große Bäume stehen. Bei den Ausgrabungen von Stöcken wurden Hufeisen, Rundentrümmer und dergleichen gefunden. Von dem Jung von Büchel bis zum Schlosse zieht jetzt noch ein unterirdischer im Sandboden ausgehöhlter, etwa 100 Schritte langer mit Nischen versehener Gang. Neben dem Jung von Büchel ist eine Quelle und ein Weiher. Bei Grabungen fand man Asche, Kohlen, Urnentrümmer und dergleichen. Der Bach, welcher an Oberigling vorüberfließt, heißt die Sinngold oder Senkel. Bezüglich der Erzählerin Veronika Kohlbert sei erwähnt, daß sich Frau von Donnersberg im hohen Alter ihrer Erziehung angenommen hat, welche stets nur mit großer Ehrfurcht von den drei edlen Jungfrauen sprach und sie den Kindern als höhere Wesen darstellte. Als Kind von acht Jahren, sagte Veronika Kohlbert, mußte ich die Pferde auf dem Staufenberg hüten. Nachts zwischen elf und zwölf Uhr kam ein Jäger, von einem schwarzen Hund mit feurigen Augen begleitet. Hierauf kamen ganz nahe an mir vorüber drei Fräulein. Die erste Kreide weiß, mit langen, blonden Haaren, hielt einen Strauß in der einen höher gehaltenen Hand, die andere Hand abwärts. Die zweite mit blonden Haaren hatte ein rot und weißes Kleid. Die dritte mit weißem Kleide hatte vor dem Antlitz einen langen, schwarzen Schleier. Als diese seufzte, blickte ich auf und bald waren mir alle aus dem Gesichte. Ich sah diese drei Fräulein in demselben Jahre noch einmal. Sie waren ebenso gekleidet, aber sie gingen rechts, nicht wie früher, links an mir vorüber und die dritte hatte ein grimmiges Antlitz mit feurigen Augen. Der Rollmüller erzählte Veronika Kolbert weiter, sagte mir, daß ihn die drei Fräulein einst über eine halbe Stunde bis zur Grenze ihrer Stiftung begleiteten. Die beiden ersten seien weiß, die dritte halb schwarz, halb weiß, gewesen. Er erschrak über diese Erscheinung und mußte einen Monat lang im Bette zubringen. Auch dem Pater Innocenz erschien der Jäger ohne Hund und die zwei weißen Jungfrauen ohne die dritte. Er sagte mir, die zwei Weißen können noch selig werden, weil sie weiße Kleider haben. Und selbst die dritte mit schwarzem Schleier ist nicht ganz verdammt, weil sie auch ein weißes Kleid hat. In einer alten Schrift, welche Frau von Donnersberg hatte, stand geschrieben, daß die Leute aus dem versunkenen Schlosse auf dem Stauferberg drei Tage den Gockel krähen, zwei Tage die Jungfrauen singen und einen Tag beten hörten. Sonst war ein tiefes Loch mitten auf dem Platze, wo das Schloss stand, wurde ein Stein hinabgeworfen, so wehrte es lange, bis er auf den Boden fiel. Von der schwäbischen Seite führte ein unterirdischer Gang in den Stauferberg, welcher von einigen dreißig Schritte lang verfolgt wurde. Er soll ganz gemauert sein. Ich sah auch die Beschließerin, ein gekrümmtes schwarzes Weib, in jeder Hand einen Bund Schlüssel, mit feurigen Augen und feurigen Pantoffeln. Die war sehr gefürchtet. Die drei Jungfrauen kennt das Volk nicht unter dem Namen Heilrätinnen, sondern der drei Jungfrauen. Grundgemäß und glaubbar ist, daß die drei Jungfrauen die Stiftung gemacht haben. Die Frau von Donnersberg hielt die drei Jungfrauen in hohen Ehren und prägte auch uns Ehrfurcht und Scheu für sie ein. Wollte uns Kinder Frau von Donnersberg zum Fleiße und zur Ruhe ermahnen, so sagte sie, seid ruhig, Kinder, und lernt, sonst kommt die Böse und bindet euch an das Seil und die Guten ziehen. Die Frau von Donnersberg und die alten Leute im Dorfe sagten uns oft, daß die drei Jungfrauen vom Jungfornbüchel bis zum Stauferberg ein Seil spannten. Frau von Donnersberg hatte einen Kupferstich, wo die Böse halb schwarz und halb weiß die zwei anderen Kreideweiß mit bittenden Händen abgebildet waren. Sie sagte auch, die zwei Weißen haben zwei Köpfe und einen Sinn, die dritte aber will sich niemals in den Willen zwei anderer fügen. Vor der Ernte faßte Frau von Donnersberg drei stehende Halmen, band sie unter den Ähren zusammen und betete und sagte, das gehört den drei Jungfrauen. Dieses tat sie auf allen Äckern, wo Roggen, Weizen und Fesen geschnitten werden sollte und wo sie nicht selbst hingehen konnte, band sie drei Kornehren mit weißer Seide zusammen und schickte ein Kind unter sieben Jahren auf das Feld, das die drei Kornehren hinlegte. Frau von Donnersberg hatte einen kleinen Ballen Leinwand, welcher, sagte sie uns, von den zwei guten Jungfrauen gesponnen war. Wer sie darum bat, dem gab sie ein handgroßes Stück. Darauf legte sich die Wöchnerin, um leichter zu gebären. Sehr alte Leute im Schlosse sagten, die halb schwarz, halb weiße Jungfrau habe ein schwarzes Hündchen. Das Volk hieß sie die Held. Wollte man ein Mädchen zurechtweisen, so sagte man, du wirst gerade wie die Held schwarz und weiß und gehst ganz verloren. Die Held und das Seil wurden sehr gefürchtet. Besonders interessant sind die Quellangaben dieses Bandes über die jeweiligen Sagen und ihre Verfasser. Bezeugen sie doch teils detaillierte Spuren rund um die Sagen und sie schenken dem Forscher verschiedenste Daten zur Überprüfung ihrer Glaubwürdigkeit. Doch diese Sagen bezeugen auch ein undenkbares Phänomen, von welchem ich im ersten einleitenden Teil erzähle, den ich dem geneigten Hörer zuerst empfehle. Herzlichst Tim von Lindenau Glaubwürdigkeit. 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 Glaubwürdigkeit.